das vaterunser wie ein hausvater dasselbige seinem gesinde aufs einfältigest vorhalten soll vaterunser der du bist im himmel was ist das antwort gott will damit uns locken daß wir gläuben sollen er sei unser rechter vater und wir seine rechte kinder auf das wir getrost und mit aller zuversicht ihn bitten sollen wie die lieben kinder ihren lieben vater die erste bitte geheiliget werde dein name was ist das antwort gottes name ist zwar an ihm selbst heilig aber wir bitten in diesem gebet daß er bei uns auch heilig werde wie geschieht das antwort wo das wort gottes lauter und rein gelehrt wird und wir auch heilig als die kinder gottes danach leben des hilf uns lieber vater im himmel wer aber anders lehret und lebet denn das wort gottes lehret der entheiliget unter uns den namen gottes da behüt uns für himmlischer vater die ander bitte dein reich komme was ist das antwort gottes reich kömmt wohl ohn unser gebet von ihm selbst aber wir bitten in diesem gebet daß auch zu uns komme wie geschieht das antwort wenn der himmlische vater uns seinen heiligen geist gibt daß wir seinem heiligen wort durch seine gnade gläuben und göttlich leben die dritte bitte dein wille geschehe wie im himmel also auch auf erden was ist das antwort gottes guter gnädiger wille geschieht wohl ohn unser gebet aber wir bitten in diesem gebet daß er auch bei uns geschehe wie geschieht das antwort wenn gott allen bösen rat und willen bricht und hindert so uns den namen gottes nicht heiligen und sein reich nicht kommen lassen wollen als da ist der teufel der welt und unsers fleisches wille sondern stärket und behält uns feste in seinem wort und glauben bis an unser ende das ist sein gnädiger guter wille die vierde bitte unser täglich brot gib uns heute was ist das antwort gott gibt täglich brot auch wohl ohn unser bitte allen bösen menschen aber wir bitten in diesem gebet daß er uns erkennen lasse und mit dank sagung empfahen unser täglich brot was heißt denn täglich brot antwort alles was zur leibsnahrung und notdurft gehört als essen trinken kleider schuch haus hof acker vier geld gut frum gemahl frumme kinder frum gesinde frumme und treue überherrn gut regiment gut wetter friede gesundheit zucht ehre gute freunde getreue nachbarn und desgleichen die fünfte bitte und verlasse uns unser schulde als wir verlassen unsern schuldigern was ist das antwort wir bitten in diesem gebet daß der vater im himmel nicht ansehen wollt unser sünde und um derselbigen willen solche bitte nicht versagen denn wir sind der keines wert das wir bitten haben's auch nicht verdienet sondern er wollt uns alles aus gnaden geben denn wir täglich viel sündigen und wohl eitel strafe verdienen so wollen wir zwarten wiederum auch herzlich vergeben und gerne wohltun die sich an uns versundigen die sechste bitte und fuhre uns nicht in versuchung was ist das antwort gott versucht zwar niemand aber wir bitten in diesem gebet daß uns gott wollt behüten und erhalten auf daß uns der teufel die welt und unser fleisch nicht betrüge und verführe in mißglauben verzweifeln und ander große schande und laster und ob wir damit angefochten würden daß wir doch endlich gewinnen und den sieg behalten die siebende bitte sondern erlöse uns von dem übel was ist das antwort wir bitten in diesem gebet als in der summa daß uns der vater im himmel von allerlei übel leibs und seele guts und ehre erlöse und zuletzt wenn unser stündlein kömpt ein seliges ende beschere und mit gnaden von diesem jammertal zu sich nehme in den himmel amen was ist das antwort daß ich soll gewiß sein solche bitte sind dem vater im himmel angenehme und erhöret denn er selbst hat uns geboten also zu beten und verheißen daß er uns will erhören amen amen das heißt ja ja es soll also geschehen ende von abschnitt drei auf beten die r und Vielen Dank.